Lukas Rott, Sport1, bitte. Herr Favre, Mario Götze hat am Anfang der Saison relativ wenig gespielt. Jetzt hat er Sie überzeugt. Mit welchen Qualitäten hat er Sie überzeugt und was schätzen Sie an ihm? Er spürt Fußball. Ja, ich sage die Wahrheit. Er spürt Fußball. Er spielt richtig. Einfach so. Was kann ich anders machen? Er spürt Fußball. Das ist ein Kompliment. Ja, natürlich. Und er gibt alles.